Es sind erschreckende Zahlen, die da heute aus Berlin kommen. Über häusliche Gewalt in Deutschland. Vorgestellt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundesfamilienministerin Lisa Paus und BKA-Präsident Holger Münch. Mehr als 240.000 Opfer häuslicher Gewalt gab es vergangenes Jahr. Eine Steigerung von 8,5%. Besonders auffällig die zunehmende Gewalt in Partnerschaften. In jeder Stunde erleben das mehr als 14 Frauen in Deutschland. Und das sind nur die erfassten Fälle. Und beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten. Zum Thema bei uns ist Christina Eriksen-Kruse, stellvertretende Landesvorsitzende der Opferhilfeorganisation Weißer Ring in Hamburg. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Guten Abend, danke. Das sind furchtbare Zahlen heute aus Berlin. Deckt sich das mit dem, was Sie in Hamburg in Ihrer Arbeit erleben? Ja, bis zu einem gewissen Grade. Wir erleben auch einen Anstieg der hilfesuchenden Frauen. Wobei wir das darauf zurückführen, dass die Frauen mutiger geworden sind und ihr Anzeigeverhalten verändert haben und auch mehr Hilfe aus ihrem Umfeld haben. Das wäre ja eigentlich schon mal eine gute Entwicklung. Mehr Anzeige, mehr Hilfe aus dem Umfeld. Positiv. Ja, auf jeden Fall. Und da versuchen wir so gut zu helfen, wie es geht. Wie tut das der Weiße Ring, wo wir gerade beim Thema sind? Wie helfen Sie? Ja, wir üben eine Lotsenfunktion in das Hilfenetz. Und wir sorgen dafür, dass die Frauen jegliche Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ob das ein Frauenhaus ist, ob das ein Rechtsanwalt ist, ob das therapeutische Betreuung ist, ob das andere Hilfsorganisationen sind. Und überall hin begleiten wir sie, auch zur Polizei. Und sie bleiben bei uns, bis das alles vorbei ist. Leider sind sie nicht vor Ort, wenn die Gewalt passiert, dann sind die Frauen erst mal allein. Immer die Frage, was kann eine Frau tun, die häusliche Gewalt erlebt? Was sind die Schritte, die sie am besten einzuleiten hat? Wenn sie eine Familie hat, die hinter ihr steht, dann kann sie sich der Familie anvertrauen. Sie kann versuchen, sich ihren Nachbarn anzuvertrauen. Allerdings müssten die dann auch ein Signal aussenden, dass sie das auch gerne möchten. Sie kann aber auf jeden Fall zur Polizei gehen. Und das würde ich auch jeder Frau raten, weil das die einzige Möglichkeit ist, wirklich den Täter öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen. Können Sie uns gegenüber der ganzen Zahlen, die man heute lesen kann, vielleicht einen Fall schildern aus Ihrer Arbeit, jüngeren Arbeit, wo einer Frau genau das gelungen ist? In aller Kürze, eine Arbeitsvermittlerin rief bei uns an, bei ihr saß eine junge Frau mit gepackter Tasche und hat gesagt, sie kann nicht nach Hause. Ist Opfer häuslicher Gewalt. Sie hat die Polizei gerufen, die hat uns gerufen. Wir haben sie abgeholt. Wir haben sie an einen unbekannten Ort verbracht. Und von da aus haben wir alle weiteren Maßnahmen in die Wege geleitet, die sie brauchte. Wir haben sie einschließlich Anwalt und so weiter. Und später haben wir ihr außerhalb von Hamburg auch eine Wohnung besorgt. Das ist ein langer Weg gewesen. Und dieser erste Schritt, den die Frau eingeleitet hat, war ein Termin beim Arbeitsagentur quasi nicht zu erkennen für den Mann. Wahrscheinlich war genau das gelieb. Genau, den sie eigentlich gar nicht gehabt hätte. Aber er hat ihr geglaubt und er hat sie alleine fahren lassen, obwohl er sie sonst immer kontrolliert hat. Und das ist der einzige Moment gewesen, wo sie das machen konnte. Sagt Christina Erichsen-Kruse, stellvertretende Leiterin der Opferhilfeorganisation Weißer Ring in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und für den Einblick in Ihre Arbeit. Dankeschön. Dankeschön.